Nach einem holprigen Start unterstützt der Pultiglund-Anland-Schwingklub Bührstadt drei Bührstädter Vereine bei der Präsentation auf den 104-Zugnummern großen Endturm am Bührstädter Fasshandsumzug. Franz unterstützt den Turnverein Bührstädter mit seinen Hannomagre 40-Systeme in diesem Jahr am RB Football. Sascha zog als Dino mit dem Kramer von Gerdin DFC unter uns mit dem Thema Eimer gewählt. Im Abschluss bildet Florian mit dem farblich ausgeschnittenen Fahrt von Thomas in den Jugendelferrat. Nach getaner Arbeit sorgt Gerdin und Berlinern für eine Stärkung der Fahrer. Der Pultiglund-Anland-Schwingklub Bührstädter hat eine gute Zeit und dass wir den Humor nicht verlieren können. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! J Softball und los gibt Ar Он mit dem Video!